Fertig Räufe im Start mit Ford 5'000! Jawohl, jawohl! Vier, 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 vier! 87 Meter! Und 6 cm hat sich hier als Atom verbessern können. Krass! Jetzt kommen hier holländische Gäste im Zimmerwald. Zwei! Jawohl, jetzt sieht es schon besser aus! Wir gehen über Michaela! Definitiv! Kürgen, Michaela! Zurückfahren! 81,04 Meter! Wir haben hier geschafft! Klasse, hier der Little Angel! Verbessern! Erst zurück, geht es auf der Drittplatz! Jawohl, der hat jetzt eine hohe Kupplinge schleifen und los geht's! Little Angel! Das reicht nicht für eine Verbesserung! Aber wir stimmen zuversichtlich! Wir haben, glaube ich, die richtigen Schraubenträger vorgebracht! Das reicht nicht für eine Verbesserung! Ichjahr- zieht da ein paar nach! Ichjahr- zieht da ein paar J Pew-Jahr! Ichjahr- zieht da ein paar Jahre! Der Mann, der beste Qualität, die man spürt. Springen. Die Fahne wird hier noch fertig präpariert. Und schon etwa die grüne Fahne für Meiretto. Jawoll, los geht's! Er kann sich hier nicht mehr verbessern, aber eigentlich beachtliche Distanz. Und Wahnsinn, was er hier aus dem Motor rauskommt. Und beim nächsten Startup im Bus Kevin. Jetzt vorhin. Nach 75 Meter nicht gut ausgesehen. Meiner hat hier einen Schaden eingefahren. Das ist nicht so. Er ist hier für seine zwei Folgen. Der ist hier für die Flucht. Aber Schaden muss sich hier ausolten. Ich bin so. Der muss sich zusammen in die Flucht. Er ist gar nicht so. Aber Schaden muss sich damit umgehen. Ja. Wir pressen. Doch das ist echt leicht. Er nimmt die Flucht. Er ist sommer. Da sind wir natürlich alle froh. Das war der erste Tor. Er hat bis auf anderen Räumen mit 90,16 Meter. Fort! 6,600 Meter. Vor 3, los geht's! Ah, das will ich nicht ganz sehen. Er bringt Kraft mit ganz am Boden, respektive Kraft. Ist ihm hier ausgegangen, 34 Meter rum. Aufgangs zurückgeschalten, wo ihm ist zu Verhängnis geworden. Jetzt sind wir gespannt, ob wir die Lehre daraus ziehen können und es hier besser machen. Die Bahn frei für den Leberes mit 4 zum Nussi. Wir lassen sich hier verbößen an 86,77 Meter. 76 Meter Elfgeschacht. Da sind wir auch so gespannt. Aber wir werden es noch verdessen. Die Tür ist auf die praktisch gleiche Distanz. 76,2 Meter. Die Kategorie kann bremsen. Ein wunderschönes Wegmachten vor der Commander. Der Sonic vom Schirme Thomas. Der Traktor wurde umgebaut auf Methanolinsprätzung. Und durch den Wasser in die Einwandfreikast einstellen. So, dass wir ihn heute Abend so richtig mit Volldampf werden sehen. Das Limit hat super stocken. Eine neue Kategorie, die hier öffnet wird. Schirme Thomas, Bahn frei! Der zweite Commander ist der Sonic! und das Ding läuft und da ist Power Underraube! Und ich komme noch aus weiter! Oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey! Heeeeeinky resistence, buttom Suspens, stets protein, Heee犯er kann sein Cape uncertainties, Wahnsinn, was er hier aus dem Traktor rausgeholt hat. Und nicht nur optisch, auch unter der Hauptweg sieht das sehr, sehr vielversprechend aus. Das ist also der allererste Limit-Sitz-Uberstock-Traktor aus der Schweiz. Schirme Thomas aus Niederbib. Für Kommander Sonic! Schirme Thomas aus Niederbib. Schirme Thomas aus Niederbib.